Und noch eine Runde, noch eine Runde im Rayman O'Drome. Ja, tolles Beispiel, was auch immer. Nachdem wir ja das letzte Mal ein paar Probleme hatten mit den Frames, und ich dachte, das liegt an Skype, ich das Problem aber nicht wirklich rekonstruieren konnte, habe ich jetzt sicherheitshalber Skype trotzdem mal abgedreht. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Das letzte Mal waren wir hier im Rausch der Höhe. Nein, wir waren beim Flug der Kröte. Hm, okay. Dann würde ich gleich mal sagen, retten wir Twila. Twila! Von den Kröten. Na dann mal rein da. Jetzt mal, es ist wieder Fliegen angesagt. Ah, schön langsam. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Nein, nein. Ach, komm. Lass den Blödsinn. Klappe. Äh. Mich wundert es gerade, dass ich hier keine Kleinlinge sehe. Habe ich was verpasst? Äh. Ah. Na, zumindest mal einer. Und ein Herz. Gut. Oh, langsam, langsam. Ah, das ist noch der Wisch. Äh. Oh, nein. Weg. Ich weiß nicht, was du hier machst, aber du kommst auch weg. Rüber. Und hier runter. Nicht so schnell. Nein, nein. Meins. Falsche Richtung. Ich kann mich zu dem. Jetzt. Nein. Wie komme ich da rein? Kann ich das nicht kaputt machen? Das wackelt aber gut schön. Jetzt komme ich da raus. Ah. Es geht doch. Ha. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Weg mit euch. Und doch runter. Oh, oh. Ach, ja, klar. Warten, bis er unter mir ist. Nochmal. Warten, warten. Jetzt. Ha, 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 ha. Hätten wir das auch wunderbar geschafft. Da geht sich, glaube ich, sogar Gold aus. Zumindest ein Glück für sich. Nein. Nein. Solch eine Fehlinterpretation meinerseits. Ach, verdammt. Aber immerhin wieder gerettet. Und darauf kam das ja schlussendlich an. Ja. Ah, nein. Okay. Da noch mal. Letzt mal weiter. Und... Mainz. doch es geht doch wie kann ich jetzt weiter das war glaube ich zu langsam das ist ja totaler Käse hier muss ich ja echt flott sein wahrscheinlich ja weg mit dir ach du schon wieder musst du mal deine Maschine ölen tja was kommt jetzt das sieht nicht gut aus gar nicht gut ho 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 Mann oh Mann ja genau ja genau lasst dich lösen sie und mach dein Schild weg ja jetzt die Raketen verfolgen mich ja klar ist ja klar was denn sonst oh Mann wo fliegt der hin ja ja Mann ey das ist ja 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 nein waaah blöde kröte schätze ich mal soll das sein die Raketen die Raketen sind nur noch leicht nicht verfolgen überall Feuer Feuer überall geil weg mit euch weg mit euch da jetzt kommt er schon wieder oh na das kann es doch nicht sein nicht sein vielleicht muss ich hier irgendwas an meiner Taktik ändern 4 Typen geben ja auch 3 Optimisten ich müsste das die Raketen machen es auch nicht besser die Raketen machen es auch nicht besser die Raketen machen es auch nicht besser ja wir müssen dann die Raketen auch verfolgen wir müssen dann die Raketen auch verfolgen ich kann nicht nach unten schießen das ist ja ja nicht gut nein die erwischt mich die erwischt mich ja jetzt bis ich mal die Raketen weg gemacht habe hatte der wieder so ein Schild regeneriert das ist ja ja letztlich doch ja klar ist ja klar das ja 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 Die Raketen! Ich packe es nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja einfach nur mies. Wie soll ich die Raketen alle erwischen? Die gehen sich hier einfach nicht aus. Das ist mir. Wie soll ich die Raketen? Wie soll ich die Raketen? Wie soll ich die Raketen? Ja klar, die erwischt mich auch. Das klappt nicht. Und hier lass mich nicht. Ich knack und feiere meinen Brühe. Und du erwischst mich jetzt auch nicht. Blubblubblubblubblubblub. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist so leicht, oder? Tja, dann kannst du so viel strampeln, wie du würdest. Ach ich bin mal so nett. Dann geb dir den kleinen Schubser. Das war's für heute. Tja, was man mit Ärschen nicht tolle Musik machen kann. Wenn ich so was mache, wäre ich dafür blöd angeguckt. Tschü! Und Gold! Juhu, fünfte Generalitätsstufe mit 5000 Looms. Oh yeah! Und rubbeln. Oh, sogar zwei. Miss Kleinling. Aber vorher rubbeln. Immer vorher rubbeln. Ein neuer Level. Und noch ein Kuscheltier. Hattos. Ach, nochmal zum Ende. Sogar mit Hut? Und? Mann, oh Mann. Da gibt's wieder einiges zum Einsammeln. Einiges. Ja, so richtig einiges. Dann gucken wir jetzt noch den neuen Helden an. Ja, das machen wir. Rebox. Ne, der hatten wir letztens mal schon. Miss Kleinling. Na, mal gucken. Na, lassen wir mal. Und weiter geht's. Ach, hier ein Versäumt. Hier ein Versäumt. Hier ein Versäumt. Hi. Mhm. Ach, hier gibt's auch Kleinlinge. Hm. Das ist Schloss in den Wolken. Schloss in den Wolken. Okay, das ist immer dazugehört. Okay. Dann machen wir mal das hier. Ja. 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 Dann machen wir mal eins für ein Aufmerksam. Dann machen wir mal das, bei dir. Ja.